Aber wenn du, lieber Leser, ins Herz nimmst, was Jesus Christus für dich persönlich auf Golgotha getan hat, dann wirst du ihm ganz aus Dankbarkeit und Liebe, Erne, dienen. Denn wirst du nicht mehr in Kategorien von Leistung und Belohnung denken und du wirst hundert Prozent sicher sein, dass du ein zum ewigen Leben und zur Kindschaft Gottes befreiter Mensch bist, der keine Zweifel an der Sicherheit seiner Rettung und glückseligen Zukunft hegt. Du wirst die verlockenden Angebote Satans verachten, weil du deinen Retter so liebst, wie es der Apostel Paulus im Philippabrief, Kapitel 3,8 und der Fässer, Kapitel 6,7 und im ersten Korintherbrief 7,23 bezeugt. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!